Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 30. August. Wiesbadener Taunusstraßenfest startet, Rheingau-Taunus-Kreis will Bioabfall als Energie nutzen und Coca-Cola erhöht Preise. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Heute startet das Taunusstraßenfest in Wiesbaden. Bis zum 1. September wird gefeiert, um 16 Uhr geht es offiziell los. Um 18.30 Uhr startet dann das Musikprogramm mit Will G. Soul, um 20 Uhr sind Mallet an der Reihe. Ein Highlight und zugleich Markenzeichen des Festes, ein 300 Meter langer roter Teppich, der ausgerollt wird. Am Samstag sowie Sonntag geht es bereits ab 12 Uhr auf der Antiquitätenmeile unter dem Motto Kunst trifft Genuss rund. Die Wetterprognose, die ein sommerliches Wochenende verspricht, sorgt für Zuversicht beim Veranstalter. Der rechnet mit bis zu 3.500 Besuchern pro Veranstaltungstag. Zudem gibt es einige Änderungen zum Vorjahr. So wurde der gastronomische Anteil unter den rund 40 Ständen ausgebaut. Für die kleinen Gäste gibt es tagsüber Mitspielkindertheater, einen Zauberkünstler und Kinderschminken zu erleben. Außerdem neu im Programm eine Silent Disco mit Musik von Pop bis Techno veranstaltet. Die Kopfhörer hierzu kann man sich gegen Pfand an der Bühne abholen. Vom 6. bis 8. September findet im Rhein-Main-Congress-Center in Wiesbaden die Konishi statt. Die größte ehrenamtlich organisierte Messe für Fans von Manga, Anime und japanischer Popkultur in Deutschland. Die zieht nicht nur Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet, sondern auch Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und den Nachbarländern an. Geboten werden neben Konzerten, Schwertkampfshows und Cosplay auch Karaoke und Suppennudelschlürfwettbewerbe. Im Hofbereich steht ein Foodtruck mit japanischen Speisen wie Oktopusbällchen und Asia Creep bereit. Am Freitag gibt es zudem eine Konishi-Party im Schlachthof. Tickets zur Messe gibt es online und an der Tageskasse. Coca-Cola hat zum 1. September eine Erhöhung der Einkaufspreise für den Handel, Getränkemärkte und Tankstellen angekündigt. Die Preisanpassung liegt im Schnitt aller Produkte und Packungen im einstelligen Prozentbereich, heißt es seitens des Konzerns. Das betrifft nicht nur Coca-Cola, sondern das gesamte Sortiment. Zu den Marken zählen neben Coca-Cola unter anderem auch Fanta, Liftapfelschorle, Vio und Apollinaris Mineralwasser, Fuse Tea, Costa Coffee, sowie das Sportgetränk Powerade. Was das am Ende für den Verbraucher bedeutet, ist offen. Denn über den Endpreis für den Kunden entscheidet am Ende der Händler selbst. Die Erhöhung der Einkaufspreise werde eher bei 9 als bei 3 Prozent liegen, heißt es in einem Bericht der Bild-Zeitung. Ein Kasten mit zwölf Ein-Liter-Mehrweg-Flaschen könnte künftig bis zu 19,99 Euro kosten. Eine sprunghafte Preiserhöhung wird aber bei wichtigen Markenprodukten in der Branche für unwahrscheinlich gehalten. Derzeit kostet ein Kasten zwischen 12 und 18 Euro. Rund 13.000 Tonnen Biomüll wandern im Rheingau Taunus jedes Jahr in die braune Biotonne und von dort aus in die Kompostierungsanlage. Doch im Bioabfall steckt jede Menge Energie und die soll künftig genutzt werden. Dafür will der Kreis gemeinsam mit der Stadt Wiesbaden eine Bioabfallvergärungsanlage bauen, in der aus den organischen Abfällen Methangas gewonnen wird. Die Anlage soll im Dückerhofbruch errichtet werden und Anfang 2029 in Betrieb gehen. Mit dem Gas, das dort erzeugt wird, könnten etwa 10.000 Haushalte versorgt werden. Gebaut werden soll die Anlage von einer neuen Gesellschaft, an der der Kreis und die Stadt jeweils zur Hälfte beteiligt sind. Die Investitionskosten liegen nach den derzeitigen Schätzungen bei rund 35 Millionen Euro. Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ergreift auch der Handelposition. Die Supermarktkette Edeka veröffentlichte einen ganzseitigen Aufruf in mehreren Zeitungen sowie in sozialen Netzwerken. Die Anzeige ist betitelt mit dem Satz, warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht. Dies ist als Anspielung auf die AfD zu verstehen, die Blau seit ihrer Gründung als Parteifarbe benutzt. In der Anzeige sind zahlreiche Obst- und Gemüsesorten wie Gurken, Brokkoli, Bananen und Erdbeeren abgebildet. In der Obst- und Gemüseabteilung herrscht die bunte Vielfalt, steht im Text, und Die Evolution hat uns gelehrt, Blau ist keine gute Wahl. Zudem heißt es, in Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft. Die AfD reagiert darauf zurückhaltend. Man habe die derzeitigen Kampagnen für Vielfalt zur Kenntnis genommen, fühlt sich davon aber nicht angesprochen und möchte es daher auch nicht kommentieren, sagte ein Sprecher der Partei. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de